Hey Leute, hier ist eure Fancy. Also entscheidend hat hier jemand jetzt wieder das Licht eingeschaltet. Der Grund, wieso es so dunkel war, war halt ein kleiner Strommusser, sag ich jetzt mal so. Also bei uns zu Hause, irgendwie hat die Stromleute was geschaltet. Und deswegen konnten wir wirklich gar kein Licht anmachen. Und deswegen hab ich die Streicher gemacht. Ich hab mich umgezogen. Das ist das Kleid von Hulin und Jacke. Von einem Modeladen. Und meine Haare sind so wie immer. Voll geil, ey. Und ja, also ich geh jetzt nochmal zu Fladen hier. Weil, ähm, ja. Ich muss nochmal was mit ihm quetschen, weißt ihr? Also, die Wüste hat ja verraten, dass er noch auf mich steht. Und deswegen richtig unbedeckt. Kappa. Naja, ich möchte es nochmal von ihm hören. Vielleicht will ich es nicht wahrhaben. Oh, und dann kommen wir nochmal zu. Oh ja, Lala, mit den Haaren. Ja, meine sind noch so dellig. Obwohl ich schon Ewigkeiten hier bin. Okay, ist noch nicht so lang her. Sind meine Haare auch immer noch dellig. Ist voll, naja, gewöhnungsbedürftig. Ich hab meine Haare ja auch noch nie gewüstet. Was liegt daran? Naja, ich geh jetzt mit zu Fladimia. Und mal schauen, was sie so macht. Ich klappe wieder. Ja, herein. Hier ist Fancy. Oh, hi. Kommst du mit raus? Okay. Ja, ihr habt so ein bisschen, wie es in unserem Badezimmer gesehen. Oh. Ja. Und jetzt ist sie noch Fladimia. Der Grund ist, wieso ich so viele Videos mache. Wir haben sturmfreie Bude. Gott, das ist wirklich niemand im Haus. Außer wir. Und deswegen, naja, ich sitze nicht mal. So, Fladimia. Ich hab gehört, du stehst noch auf mich. Ja, schon irgendwie. Also ich find dich noch süß. Also, ich weiß nicht, dass du eine Nutzung sitzt hast. Sag das den Zuschauern doch nicht. Ja. Aber du musst doch mal ehrlich zu dir sein. Du musst doch auch mal eingestehen, dass, naja, du dich auch wieder mit Venus vertragen willst. Grrrr. Wie kannst du nur sowas sagen? Meine Fans werden enttäuscht sein, dass ich eine schwache Seite habe. Sie sollten denken, dass ich cool bin. Na und? Jetzt wissen sie's. Stürzt du dich, wenn deine Fans wissen, dass du auch eine nette Seite hast? Hm. Ich weiß nicht. Aber es wäre bestimmt für sie etwas enttäuschend, wenn sie erfahren ist. Naja. Irgendwie was Nettes steckt. Ach, ich bin mir sicher, sie sind jetzt ganz gechillt. Was sagst du eigentlich zu dem Neuzugang? Ach, also ich freue mich schon auf Fantasy. Sie soll echt ganz krass sein. Ich freue mich auf Scarlet. Sie soll süß sein. Alter, ich dachte, du stehst noch auf mich. Ja, obwohl ich das ja genauso geil wie du. Dann willst du es nur, dass ich dich schlage? Ähm, ja, aber so, ähm, also ich weiß nicht, ob es so gut wäre, wenn du mich schlägst. Ich schlägst du noch. Wow, wow, wow. Oh, mein Haar. Entspann dich. Fancy. Ich muss die Kamera vergessen, auszumachen. Ups. Entspann dich. Ich muss die Kamera vergessen.